So, hallo meine lieben Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Nabe von St. Quentin in Battlefield 1. Wir zocken in Rush und ich habe die Martini Henry mit am Start. Ich freue mich. Ich hoffe eine gute Wahl. Ich hoffe es geht ab. Letzte Folge auf jeden Fall nochmal reinziehen, Leute. Panerasiert würde ich sagen. Und ja, dann gucken wir mal hier. Ich hoffe, dass es nicht gleich wieder neblig wird. Das wäre nämlich schon wieder richtig kacke. In der vorherigen Runde waren im Gegnerteam weniger als in unserem. Diesmal sind in unserem wieder weniger. Ich glaube, die haben einfach wieder ein paar Leute rüber geswitcht. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir es noch hin, gleichmäßig. Mal schauen, liebe Freunde. Mal schauen. So, komm Digga, mach hin hier. Aber bitte nicht neblig oder so. Bitte nicht neblig. Noch geht's, noch ist alles gut. Die ersten snipen schon. Masoko habe ich drauf. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich Zulo oder wie das Ding drauf machen soll. Weil das ja dieser weiße Skin ist, glaube ich. Der ist eigentlich auch nicht verkehrt. Wenn man da immer was sehen würde, weißt du, sie ist einfach auch nichts. Das ist immer die Scheiße. Siehst du immer nichts, ne? Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Ernsthaft? Ernsthaft? Ey, das gibt's doch nicht, oder? Ey, ohne Scheiß. Ey, so eine Kacke. Der hat mich echt noch geholt. Obwohl ich ihn ja schon angestochen habe. Der hat sogar schon dieses Pfff gehört. Aber naja, reicht halt wieder nicht aus. Okay. 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 Typ ist wahrscheinlich immer noch da. Ja. Was ist der Typ? Ich glaube, da ist noch irgendwo einer gewesen. Oh, shit. Und da kommt jemand. Nein! Mann, dass man nicht mehr rennen kann. Oder dass man manchmal diesen Bayonettangriff nicht abbrechen kann. Mal kannst du den abbrechen, indem du einfach nur da nach hinten drückst. Mal kannst du den nicht abbrechen, wenn du nach hinten drückst. Ah, das ist mal so, mal so. Das ist echt. Du kannst dich wirklich auf nichts verlassen in dem Spiel, weil das immer wieder wechselt. Das ganze Gameplay wechselt permanent. Tod. Digga, leg dich doch hin, Mann. Ah, das war's, das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Alter. Lackschott ohne Ende hier gerade. Bisschen Panik gerade. Machen wir diesen hier. Nur für den Fall. Die haben wir nachgeladen, das passt. Bisschen Angst, dass hier viele Gegner snipen wieder, das wäre nicht so cool. Ich mit der Martini doch einen kleinen Nachteil habe, würde ich mal sagen. Aufgrund des Visiers. Komm. Oh, verkackt, aber ordentlich. Let's down, okay. Shit. Die Granaden fliegen denn hier noch, bitte? Oh, shit, da hinten, Mann. Schön. Oh, shit, das war's. Down, komm, Baby, komm, Baby. Woo! Oh, ich wollte gerade den Bajonett-Charge machen, Mann, aber es funktioniert manchmal einfach nicht. Du willst den Charge machen und der startet aber nicht. Wie sieht's aus? 1, 9. Du willst den Charge machen, aber es geht manchmal nicht. Tolle Scheiße, ne? Aber gut, den Punkt haben wir schon mal. Schon mal wieder nice. So, jetzt gehen wir ein bisschen da ran. Der Bunker gefällt mir nicht. Geh mal hier hinter den Berg, es ist sicherer. Oh, Mann, was machst du? Komm, einer geht noch. Schön. Hey, wie viel Artilleriebeschuss sie kriegen hier, ey. Ohne Müll. Oh, der fucking Panzer wieder. Der Typ will kommen hier. Aufpassen, ich weiß nicht genau, wo der ist. Echt ein bisschen chillen hier. Feind getroffen. Okay, der wendet jetzt also da durch. Ist aber in der Nähe der Typ. Ah, fuck. Diese scheiß Panzer schon wieder. Ich glaub, mein Homie ist gestorben hier. Bin mir nicht sicher. Nee, er ist noch da. Noch da, mein Kollege. Da ist der fucking Panzer. Mach ihn kaputt jetzt wenigstens. Macht keiner kaputt, das Ding. Ist auch schon wieder kacke, ne? Wenn die es nicht kaputt... Ist das einer, ne? Jo, wo ist da einer, Freunde? Ich liebe es, wenn man am Stacheldraht festhängt. Ist so geil einfach. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Alles klar, Digga. Oh, was geht denn nu ab jetzt hier? Jetzt treffe ich hier nichts mehr, oder was? Kannst du vergessen. Ey, kannst du gerade voll vergessen, was ich hier mach? Komm, lad nach, komm, lad nach. Unsere Homies, okay. Partner, lass dir Zeit, lass dir Zeit, Digga. Shit! Fucking Splittergranate, Mann. 15-3. Komm schon, komm schon, komm schon. Rein mit dir. Rein. Nein. Din, 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 din. Oh, da snipet einer. Ich glaube, die sind ein bisschen weit weg, oder? Ja, leider schon. Okay, ich werfe den Traum, Achtung. Er ist down. Ja, Digga, auf jeden Fall. Tot. Ja. Komm schon, Digga, Heilung hier, aber schnell. Ich brauche Dring-Ponition. Oh, oh. Oh, oh. Ja, scheiße. Ich glaube, die haben es tatsächlich wieder eingenommen, ne? Ne, wir haben es geschafft, nice. Schon Panik gekriegt, ey. Was ist das jetzt noch nicht geschafft haben, die Pisser? Komm, hier weiter geht's. Wie er sich versteckt hat. Jetzt ist eigentlich keiner mehr da, hier. Müsste eigentlich jetzt leer sein, hier die ganze Bude. Ah, das wäre auch zu geil gewesen. Das wäre auch zu cool gewesen. Wenn wir die noch mit weggeholt hätten, Freunde. Fucking Panzer schon wieder, ne? Shit! Shit. MP-Visier, ja? Die MP-18-Visier, die ist auch nice. Also mit der kannst du auch ziemlich genau schießen. Dauerfeuer natürlich nicht zu raten, aber... Also auf Entfernung nicht, aber... Die Visier-Variante ist auch nice. Vielleicht auch eine Zeit lang mal extrem gesucht. Scheiße. Scheiße. Ich glaube, da war einer. Oh man, um hier den Pisser. Alter, was geht hier ab gerade? Nicht getroffen, ich freue mich. Wieder nicht getroffen, ich freue mich noch mehr. Wieder nicht getroffen, ist der beste Panne. Wieder nicht getroffen. Wieder... Ey. Jetzt wird es langsam und viel lächerlich. Ah, das hätte auch ein Headshot sein können, Mann. Zehn hat er noch, scheiße. Headshot wäre geil gewesen, ey. Fuck. So eine Kacke. Jetzt gehen meine Werte wieder runter hier. Wie so eine Bockwurst. Wie so eine Bockwurst hier. Not. Not. Seht ihr den? Sturmsoldat. Ja, Mann. Den einen haben wir. Digga, hier rüber. 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 Kammer, gell. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Alter, der Artilleriebeschuss, der ist einfach nur heftig. Man kann auch übertreiben, jetzt langsam mal. Man kann auch ein bisschen übertreiben mit dem Artilleriebeschuss. Und jetzt schon, zu mir. Komm, Digga. Ja. Oh, natürlich. Wie er da campt in der Ecke, Mann. Wie er sich freut, dass er eine Runde campen darf mit seinem Scheiß-Wechs, Alter. Was für ein Gimp. Mann, die hoch? Lol. Nein. Oh, Panne. Du bist der beste Panne. Oh, No-Scope, Mann. Aber natürlich hockt er wieder in einer Ecke. Ist ja auch wieder klar, warum nicht. Ist immer so logisch, alles hier. Oh, ich muss auf Toilette. Macht hin hier. Ich glaube, ich nehme jetzt auch nochmal eine andere Waffe. Jetzt nochmal. Ja. Wieder da oben, Mann. Aber der habe ich schon fünfmal getötet. Nice. Freut er sich, dass er mich einmal gekriegt hat. Freut er sich eine Runde. Komm schon. Komm schon. Wo bin ich hier? Komm. Ich sehe nichts. Oh. Ich sehe nichts. Alter, Multi-Kill ohne Ende hier. Hier ist noch jemand drin, ne? Nice. 28, 10. Damit für mich auf dem ersten Platz. Ein Kill mehr als der erste. Geile Runde, würde ich sagen. Geile Runde hat Bock gemacht. Voller Action. Voller geile Dinge. Wo ein paar blöde Kills dabei waren. Also die mich getötet haben. Aber naja. So, ist es halt. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr glücklich machen. Und dann sehen wir uns demnächst zu Battlefield 1 wieder. Haut rein, euer Panne.